Der Mensch stirbt nicht am Tod, sondern an der ausgereiften Liebe. In diesem Satz steckt eine tiefe Wahrheit. Der Tod an sich ist nur ein Übergang, ein natürlicher Teil des Lebenszyklus. Doch die Liebe, wenn sie reif und intensiv ist, kann uns so sehr berühren, dass sie uns innerlich verändert. Sie kann uns erheben oder auch zerstören. Der Tod ist unvermeidlich. Jeder von uns wird irgendwann diesen Weg gehen. Er ist das Ende unseres irdischen Daseins. Aber vielleicht ist der Tod nicht das Schlimmste. Vielleicht ist es vielmehr die Art und Weise, wie wir leben und wie wir lieben, die wirklich zählt. Die Liebe kann uns auf vielfältige Weise beeinflussen. Wenn sie reift, wird sie tief und bedeutsam. Sie kann uns inspirieren, uns glücklich machen und uns Kraft geben. Aber sie kann auch schmerzhaft sein. Wenn wir jemanden verlieren, den wir lieben, kann das Herz brechen. Die ausgereifte Liebe ist eine Mischung aus Freude und Trauer, aus Licht und Dunkelheit. Vielleicht ist es also nicht der Tod selbst, der uns leiden lässt, sondern die Liebe, die wir empfinden. Wenn wir uns öffnen und uns auf die Liebe einlassen, riskieren wir auch den Schmerz des Verlusts. Aber diese Liebe, die uns erfüllt und uns menschlich macht, ist es wert. In der ausgereiften Liebe finden wir unsere wahre Menschlichkeit. Sie verbindet uns mit anderen Menschen und lässt uns über uns selbst hinauswachsen. Vielleicht ist es also nicht der Tod, der uns tief berührt, sondern die Liebe, die wir teilen und empfangen. Lassen Sie uns diese Worte als Erinnerung daran betrachten, wie kostbar das Leben und die Liebe sind. Möge unsere Liebe immer reifen und uns in den Höhen und Tiefen begleiten.